Das ist auch der Grund, warum ich einfach Image- oder Recruiting-Filme von YouTube in ein 1916-Format quetschen und auf TikTok hochladen kann. Die beiden Plattformen werden von Nutzern aus komplett unterschiedlichen Gründen besucht und sind dementsprechend auch von Grund auf auf völlig anderen Content ausgelegt. Wer jetzt versucht, YouTube-Videos TikTok-tauglich zu machen, der wird nicht weit kommen.